Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Spiel mit mir Apps und Games und heute geht es weiter mit der Lego Ninja Voo Crew. Und ich möchte mal, ich möchte mal, ja, ich möchte mal gucken, wie es denn mit den Fähigkeiten unserer Ninja steht. J, na, 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 na. Ja, okay. Ja, na, na, Cole. J, hmm, okay. Okay, dann geht es jetzt weiter mit unserer langen Mission, Pythor und Fangt mal zu schnappen. So, was war jetzt nochmal die Mission? Sammle die 10 goldenen Hypno-Cobra-Schuppen. Genau, so, und wir waren, nimm vielleicht mal wieder das Gletscher-Ödland, weil da hatten wir schon 8 Stück gefunden. Mal gucken, ob wir wieder heute ein paar finden werden. Da bin ich mal echt gespannt. Heute wieder zwei Missionen, Leute, selbstverständlich. So, und heute mal mit... Hm, ne, bleib mal, ne. Bin nun heute mal Cole. Oder, ne, ich will Jay, ich will Jay, nee, sorry. Tut mal leid. Ich will Jay. Wir greifen hier, oh, wir greifen hier unten mal schön. Schnell an. So. Wir müssen wechseln. Ja, viel zu spät. Viel zu cool. Ne, da hinten sehe ich schon eine Kiste. Und wieder diese dunkle Musik. Am Ende mal so komische... Nein. Ne, da hinten noch mal. Ne, Explosion. Sehr gut. Ein Schlüssel, den wir definitiv gleich brauchen werden. Also das ist keine Option, sondern ein Muss, diesen Schlüssel hier mitzunehmen. Zack. Und die dritte dunkle Materie. So, wir haben hier den Schlüssel gebraucht. Vielleicht mal Spinjitzu. Sehr gut. Hier das Ding auch öffnen. Und durch das Portal. Ne, wir können gar nicht... Ah, das ist ja cool. So, wir fliegen durch das Portal. So. Spinjitzu. Let's go, let's go again. So, wir haben hier ein paar Lego-Wolzen ein. Also Münzen. Da oben schon die dunkle Materie, die ich zerstören möchte. Denn die ist überhaupt für dieses ganze Schlamassel hier bei Lego Ninjago Voo Group verantwortlich. Dass ich die Hypo-True passt. Was denn da durch... Ah, hier. Los. Beil dich. Boah, das war knapp. Richtig knapp. So. Komme ich hier... Ja, ich möchte hier irgendwo runter. Also da oben ist sowieso nichts. Ich möchte jetzt erstmal hier... Oh, nein! Wir haben Leute nicht. Und das heißt, wir können diese dunklen Materie da nicht zerstören. Ja, super. So. Los. Da ist der Kopf weggeflogen. Ich nehme hier das Ding hier mit. Und dann heißt es wieder Spinjitzu. Keine Chance. Und das Ding hier... Okay, war eigentlich damit die dunkle Materie kaputt? Leider nicht. Na ja, gut. Nein. Das heißt, wir gehen jetzt in den letzten Teil dieser Mission, Leute. So, ich brauche da den Schlüssel hier. Oh, ich dachte schon, wie kommt man hier hin? Ich habe es geschafft. Ist ein bisschen buggy, das Spiel hier. Soll ich das dann mit dir ernst? Ich habe es geschafft. Ich fang mal hier rein, da. Cool, cool, cool. Also wir kommen sehr gut durch mit Jade. Yes. Yes. I can do that here. Schlüsse? Okay. Boah. 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 Benjutsu, dann haut mal ab, hihihi! Keine Chance, der Elektro-Spinjutsu, dann kanns jetzt weitergehen. Schaut euch mal die ganzen Pfeile an. So, wir gehen mal hier runter. Gehts hier hoch. Gehen wir hier zur Kiste, hier runter. Schauen wir mal was es hier gerade gibt. Yes! So, die erste dunkle Materie hier. 1 von 3, super Explosione. Okay. Ne, das ist genug. Gehen weiter. Ich brauche wieder das Benjutsu. Den einen haben wir aber nicht erwischt. Das wird nichts. Das Ding. Dann machen wir das Ding. Ich muss jetzt erstmal das zerstören. Dann können wir noch welche hin. Nein! So, jetzt aber. So, geil. Auf gehts. Waren wir noch nicht. Ne goldenen tôchen? Hä? Woann ist das jetzt drauf? Ist ja komisch. So. Ja, ich habe das gesehen. Hey. Oh, das sieht gut aus. Das hat schon mal super geklappt. Keine einzige Falle diesmal mitgenommen. Wir haben hier einen Hang dazu die Pfeilen auszubösen. Hey! Okay, alles klar. Jetzt sind wir gespannt, ob wir genügend Hypo-Cobra-Schuppen haben oder ob unsere Suche nach den Schuppen weitergeht. Wir haben eine Kiste vergessen. Unser Level immer noch 23 Leute. Welcher Level seid ihr denn? Schreibt es doch in die Kommentare. Ihr wisst, ihr sollt fleißig Kommentare schreiben. Macht ihr aber auch? Immer noch nicht genügend. Das nervt mich jetzt aber. Ist immer noch der Birkenwald. Hier auch noch. Vielleicht müssen wir hier in diese Region hier links, aber hier zum Vulkan vielleicht. Versuchen wir beim nächsten Mal den Friedhof der Seelen. Nördliche Sandsee. Ne, kann nicht sein. Eigentlich nicht. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Vielleicht wisst ihr ja, wo die nächsten Schuppen sind. Schreibt es doch auf meinem Kopf. Hey, guter Witz. Ne, so gut doch nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen. Leute, ciao! Tschaui!